Dann kenne ich halt Zombies und Fabiano findet die Kisten. Diese Aufgabenvertechnung kenne ich ja irgendwo her. Hä? Was? Wieso? Hardcore Player, das erklärt schon mal einiges. Das erklärt gar nichts. Was? Das erklärt gar nichts, aber eigentlich könnte der nicht bei unseren Missionen mitmachen. Wie, können die keine Mission machen oder? Ja, der wird mit PH geschrieben, okay. Hey, der kann auch schon mal gut. Ja. Alter, hallo. So. Sind wir hier in Fetthausen oder was? Ja, der ist schon gut. Ja, und ich höre ihn schon wieder. Ich hoffe, ich höre ihn schon wieder. Wir rennen genau die ganze Zeit auf der selben Stelle rum. Bist du dir sicher? Ich bin gerade am Süd-Doc. Ich auch. Okay, gut. Man weiß ja nie, ob das funktioniert. Er ist genauso wichtig. Also liegt der, der höre ihn ausk regarding predictoren. Ah, stimmt nicht mehr weg. Oh, gut, dass man sich ja nicht aus Versehen gegenseitig abschießen kann, gäbe viele Tote, nicht nur absichtlich. Ja, und gleich kommt wieder das Musikende. Genau, langsam kann ich die auswählen. Wie kann man die denn tun? Oho. Wow, Quality Control. Ich wusste gar nicht, dass man da Kisten finden kann. Ja, ich bin echt wirklich der Ansicht, das findet man erst später, innerhalb der Mission. Ganz am Anfang habe ich da noch nie eingefunden. Ja, ne, ich auch nicht. Oh, scheiß Fenster. Die Zombies immer gegen Trommeln. Hey, der resette deine direkt von meiner Naht, wie geil. Oh, ich dachte gerade, das wäre bei mir, ey. Das ist voll verwirrend. Ja, ich weiß. Aber langsam habe ich mich dran gewinnt. Autsch, Fenster. Ich werde weg hier. Am Anfang musste ich immer nicht laufen gerade. Ich oder du gegen eine Wand. Aber er hat jetzt glaube ich wieder zwei und du eine. Das heißt, wir müssen noch drei finden. Das geht. Oh, scheiße, Wände. Braucht doch keine. Mann, ihr blöden Kisten lasst mich durch. Ich muss... Hey, noch einer. Wow. Das war die Kiste, die immer einer findet, der das Zeug zurück zum Track bringt. Ja, Respekt. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ich könnte irgendwie andere Dinge brauchen. Und ich höre eine. Die gehört mir. Ich hab dich gehört, wie du sie aufgenommen hast. Mhm. Ich glaube, jetzt steht noch einer. Aber jetzt ist dieses Ding im Weg. Immer diese Rampshindernisse. Rampshindernisse. Dass man diese Dinger nicht mit der Axt einschlagen kann. Diese... Ja, das wäre echt cool. Nadebalken da. Ja. Es sind ja auch irgendwelche sinnlosen Kisten, die hier rumstehen. Die man aber nicht einsammeln kann. Oh. Jawoll. Da siehst du mal. Wenn wir gleich abgeben. Ich bin unsere Way2LT. Äh, zum Track. Mein Tor. Der Zombie. Oh lol. Drei Felder vom Truck. Ja, die hab ich aufgehört. Da hab ich grad noch schmacken. Okay, dann sollten wir gleichzeitig abgeben. Eins. Zwei. Drei. Drei. Oho. Ich hab's cool. Oh. 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 Ja, ich... Richtig sehe. Stimmt. Ach, ich hab's grad gar nicht gehört. Ich durfte es für irgendjemand anderes. Hm. Aber dann kann ich ja einen Skillpoint verteilen. Sogar zwei. Yay, Speed auf vier. Cool. Welches Level bist du? Das ist sieben. Aber nicht mehr lange. Na denn. Hast du noch Öl oder soll ich auch machen? Äh... Ne, jetzt musst du auch machen. Okay. Nee, dann mischen. Genau. Äh, direkt die erste oder möchtest das? Ja, genau die. Hm? Ja. Genau die, die du ja grad hast. Mhm. Hm. So. Ich muss das Ding noch anschalten. Ich hab das Alert nicht und höre ich auch nicht, wann Missions gemacht werden. Join mission. Hallo. Hat noch einer gejoint? Hm. Ich glaube bisher nicht. Aber ich hab zwischendurch auf Munition nachgekauft. Hm. Wir können noch kurz warten. Wie kann ich's nachgucken, wer grade da ist? Äh, wie sonst, wenn du nachguckst, wie viele auf der Map sind? Shift. Äh. Ja, wenn ich ihn halb der Mission, wenn der war jetzt? Ne, das kannst du jetzt auch schon. Ne, nur Paladin und Foe. Foe. Naja. Schauen wir mal. Naja, Fabiano will nicht mehr. Der will lieber ein paar, äh, Schutzgelder erpressen, glaub ich. Naja, und Drogen verticken. Echt. Luschen. Wer will denn bitte rum verticken? Na gut, rum kann man verticken, der schmeckt nicht, aber... Rum, ja. Hm. Man kann aber auch Drogen verticken. Ja. Die sollte man sogar besser verticken als Silber nehmen. Ja. Bringt mehr Geld. Vielleicht auch gerade das lassen. Bringt mehr Geld. Ich würd sagen, wir launchen, oder? Mhm. Dann, raus mit uns. Hui. Ab und gehen rein. Erstmal genau in die falsche Richtung laufen. Ja, immer gut. Alles Geld. Boah, ich müsste mir aber alles hinten setzen, hier mein Rücken. Was? 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 So, ähm. Was? 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 Ich will die Package wohl damit der Axt herträmen können. Danke. Ja, so ein Metallgelände. So ein Metallgelände mit der Axt sind einfach so. So ein bisschen. Gitter. Das bisschen Draht. 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 Und da ist auch schon die erste. Ska. Eine, äh,liche, Omar, oder? Der ist sogar so Ally relevante. Du kommst richtig gut, fine. Schon wieder Packatorolan. Alter! 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 Ja, jetzt soll das gehen. Ich sollte die Maschine weg. Nord! East! East! Das ist um eine Kiste zu holen, ey. Kiste! Yeah! Wahoo! Oh nein, ist aber die Musik echt langweilig. Ich mach die erstmal aus. Hier ist irgendeine Tür aufgebrochen worden von den Misttüchern. So. Sollte nicht Large Crates, sondern Silly Crates heißen. Ja, der Name würde besser passen. West! West! Hier ist wieder keine. Wo guckst du so rum? Ich suche gerade. Kann auch noch Second-Found-Quality, das könnte jetzt schon sein. Na, immer gut. Dann mach ich den anderen Kram. Hallo, kann ich mal vorbei? Okay. Unglaublich. Unglaublich. Aaaaah! Eeeeh! 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 Andy! Das ist das wirklich Geld an der MP5. Hm, habe ich schon einmal erwähnt, dass ich Wende hasse. Hebe schon einmal erwähnt, dass ich die MP5 cool finde. Nein, ich bin nicht wieder in Köln, die kommt sicher aus. Achso, das bist nur du, kein Zermee. Nein, ich mache nicht durch. Hallo. Meine Fresse. Ist aber auch. Noch eine Tür offen. Kein Wunder, wenn das halte Treff kann man auch nicht hingehen. Schlau. Was wollt ihr denn hier drin? Was ist denn? Auf Wiedersehen. Danke für den Besuch. Wow, was machst du? Ich weiß nicht, was ich da mache. Egal in welche Richtung ich gehe, ich laufe immer vor an der Wand. Das ist schon so ein bisschen gestört. Egal, scheiß auf Second Floor. Hast du eine Wand vor dem Kopf? Nein, die Wand hat mich vor dem Kopf. Hallo, sterben bitte. Ich merkte, warum es sterben ist. Das ist ja so schön. So, und hier will ich nicht hin. Und ich will nicht durch den Broken Baylor. Oh, ich kriege hier eine Krise. Hä? Ich kenne das Haus doch. Ja, South. 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 West. North. East. Oh. 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 Endlich. Oh. 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 auch auch in der Woche so wie gut Kiste Kirsten Jussell so richtiges Gebiet und doch hat er meist West Man kann meinen Second Floor gucken, da war ich noch nicht Ich finde das wurde mir zu dumm, als ich anfing permanent gegen Wende zu rennen Das liegt so gut wie nie